Was ist das? Gorilla. Schlüssel benutzen. Ja, wir haben den Gorilla freigeschaltet. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Streets of Walkthrough. Wir spielen direkt weiter. Fortsetzung, ja, ja. Endlich sind wir wieder da in der Alpha. Und ist denn das die Zeit, die ich verbracht habe in dem Spiel? Nee, ne? Ich glaube nicht, das wäre zu lang. Ich glaube nicht, dass ich das zu lange schon gespielt habe. Also denke ich, das ist was anderes. Und wir sind in den Slums. Geil, geil, geil. Wir haben noch den Sportler. Der konnte ja mit Rechtstärk so schon rennen. Ich weiß das ganz genau noch. Und die Aufgabe in dieser Mission ist, neutralisiere ein paar Leute. Ich soll da Leute killen, die Wissenschaftler und noch ein Wissenschaftler. Und so sehr drogen die da aus. Das werden wir einstecken von dem. Der ist hier in dem Raum. Und dann sollen wir noch den Schalter betätigen. Die sind, oh, da drei Stück. Okay, das ist eine größere Mission. Aber ich glaube, die gibt noch mehr Punkte. Ähm, diese Person müssen wir nicht töten. Aber da läuft gerade einer. Den müssen wir töten. Okay, ich stehe auch da. Direkt am Start. Was haben wir für Items? Was haben wir für Items? Wir haben nur die Triche. Ich würde sagen, wir rennen auf den einfach zu, ne? Und go! Nein, 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 nein. Au! Scheiße, 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 scheiße. Holy shit, das war eine schlechte Idee. Das war eine richtig schlechte Idee. Okay, jetzt werden die auch geschlagen. Das ist gut, wir haben die Cops auf die gelenkt. Alles ist huddy, frohdy. Haben wir irgendwas zu essen? Nein, haben wir nicht. Ah, wir sollten vielleicht mal zum Drogen. Die haben wir Geld. Oh nein, ich wollte anklopfen. Hallo? Hallo? Ich möchte gerne was kaufen. Ich habe 37 Geld. Äh, damit siehst du cool aus. Los, nimm eine. Die anderen machen es doch auch alle. Zigaretten, achso, Zigaretten, Elektropille, Elektroberührung, okay, okay. Okay, das kostet nicht so viel. Da habe ich gar nicht so viel Geld. Pritze. Kann ich dich auch einfach tun? Ja, ne? Let's go. Ich bin Sportler. Äh. Und kriege ich jetzt was? Ja, Geld. Geld ist okay, Geld ist okay. Das ist an mich gerne. Hallo, Dietrich. Nutzen. Was geht? Ey, nein. Oh, Junge, der hat ein Messer. Oh mein Gott. Ich brauche das Messer. Ja. Perfekt. Zünder habe ich ihn ausgeraubt. Das ist die Badewanne. Kann ich nichts machen? Schade. Die Schrank. Ach, Banane. Oh, yo. Da wusste ich gleich, dass sowas geht, ey. Einfach so Sachen rausnehmen. Okay, der ist tot. Alter, was hat der denn? Sklavenhalter. Oh mein Gott, so einen muss ich töten. Holy shit. Ein Sklave, Alter. Okay, wir sind hier in so einer, was weiß ich. Okay, wir müssen hier klopfen, ne? Klopfen, ne? Oh, ja, ich wollte klopfen. Äh, scheiße, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, scheiße. Komm mal, komm mal. Oh mein Gott, ich bin nicht tot. Ich brauche ne Waffe von dir. Ja. Jetzt haben wir die beide gekillt. Wir haben die Leute befreit. Und was hat der ein Schwert, Alter? Das ist mega awesome, Alter. Und ne Axt. Und Geld. Und haben wir... Ah nein, wir brauchen wenigstens noch mehr Kielschränke finden. Damit wir hier besser durchkommen. Was ist hier? Eine Wache. Und was ist das? Ein Gangster. Noch ein Gangster. Wir sind ja da kein Hacker, Leute. Also können wir da nicht so gut alles kaputt machen. Da liegt der... Oh, scheiße. Äh, cool. Wir brauchen... Nein. Ah, renn doch. Okay, der ist... Oh, jung. Noch ein Schlagstock willkommen. Nice. Jetzt haben wir noch ne Waffe. Sammeln wir am besten. Hey, der ist... Junge. Die machen wir. Ich mach dich so kalt, Digga. Hey, los. Mach ihn fertig. Dankeschön. Du bist ein richtiger Kumpel. Alter, witzig verarschen. Ey, der hilft uns jetzt. Der ist auch gegen den Kops. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir machen mal zwei. Ach, ich hätte doch einfach Waffen ratten können, ne? Ja, easy. So, der ist down. Oh, jetzt haben wir 76 Geld. Okay, Leute. Hier ist noch ne Badewanne und Klo und so. Die müssen wir auf jeden Fall killen. Wir haben bloß wenig Essen. Oh, da ist was drinne. Geil. Ist auch was drinne. Oh, noch mehr was drinne. Oh, noch mal. Alter, die wir einfach mal ne Geld weg. Wie die denn? Dumm. Okay, Essen, Essen, Essen. Bier ist immer gut. Bier schmeckt geil. Noch ne Mülltonne. Da ist ne Spritze drinne. Und ein Stein. Was kann denn die Spritze, Alter? Ich will's gar nicht wissen. Okay, wir gehen erstmal hier hoch. Alter, ist das? Gegenstand einstecken. Wir müssen an dem Fall vorbei. Oh nein. Noch ein Stein. Wir könnten theoretisch. Alter, das ist ja richtig hart. Wir locken erstmal den hier aus. Türsteher. Hey, na. Was geht? Ach, wir leben noch. Hau ab jetzt. Oh mein Gott. Achso. Oh, wir leben noch. Wie das, Alter? Baseballschläge? Die haben so viele Waffen. Oh, die Shit. Das ist ja krass. Was ist das? Gorilla. Schlüssel benutzen. Ja, wir haben den Gorilla freigeschaltet. Müssen wir jetzt überleben? Wir können auch einfach zum Ausgang gehen. Oder macht ihr jetzt was Cooles? Ich hab keine Ahnung. Oh, irgendwie war es zu essen. Zu easen. Wir dürfen uns nichts in der Kopf. Hier sind noch mehr Kopf. Oh, scheiße, Alter. Hier sind ganz, oh mein Gott. Oh mein Gott, hier sind ganz, ganz viele. Oh shit, Sackgaste, Leute. Das ist Harambeer da. Können wir was machen mit den Gorilla? Uh, 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 okay. Äh, wir müssen noch Scheiter betätigen. Und den Typen hier neutralisieren. Ich werfe den einfach mit den Steinen ab. Ganz easy, Leute. Da mache ich mir keine. Ach, ich kann einfach so, ne? So. Fast ja nur Bananenschaden. Okay. Okay. Äh, Alter, wie groß ist das Haus? Hier rein. Hier hoch. Okay, ich werfe den einfach ab, Leute. Okay. Was? Er hat überlebt. Guts. Was? Wie stark ist der? Okay, der ist tot. Ja, okay. Wir haben noch mehr Geld bekommen. Alles klar, alles klar. Sehr geil. Jetzt müssen wir alle Ziele machen. Und das, äh, muss man das machen? Oder kann man das einfach raus? Wir kriegen hier nämlich nur Türssprenger und hier eine Waffe. Also, ich glaube, wir könnten auch einfach, ich will jetzt nicht sprinten, dadurch verliere ich ein Leben. Die Steine nehme ich mit. Hier gehe ich durch. Zieh was drunter? Nee. Hier sind noch Mülleimer. Das ist sehr gut. Ja. Geil. Ach, wenn wir die, warte mal, wenn wir die Banane essen, kriegen wir dann automatisch Bananenschein. Ja, kriegen wir, Alter. Wie nice ist das? Das ist ja richtig cool. Minzautomat. Oh mein Gott. Versua. Holy shit. Oh mein Gott, das ist ja richtig assi hier. Luftsicherungssystem. Okay. Jo, Alter, was ist das denn, Alter? Wir haben alles vergast. Jo, wahrscheinlich. Was ist das denn, Alter? Was ist das denn, Alter? Okay. Easy. Oh scheiße. What the f- Wie sch- What? What? Wie schnell die sind. Okay, Leute. Ähm. Wir versuchen es einfach mal, noch mal da rein zu gehen. Wir haben noch, wir haben ja keine Waffen. Wir haben Polizei, Schlag, Schlag, Messer. Was macht denn den meisten Schaden? Äh, Erhaltbarkeit, Basisschaden, 9, 8, 8, 8, 8, Nehmt euch einen Schlagstock. Ja, wir können ja einfach so, Schlagstock, so, da, Polizeislagstock. Oh, okay. Okay. Ne, aber ein Stein wirken, ne? Oh, scheiße. 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 Oh, mein Gott. Das war heftig. Leute, den haben wir auf der Bananenstelle ausrutschen lassen. Dazu ist sie da. Sehr gut. Ach, und da können wir einfach hier den machen. Perfekt. Hier ist ne Kisse. Den Schalter. Den haben wir auch, den Schalter. Und dann hier oben den Schalter. Und noch den Drogen, wie da was geht. Okay, der mag uns auch nicht. Okay. Okay, nice. Ja, haben wir ihn. Wir haben noch ein Messer bekommen. Und jetzt haben wir noch ne Flinte bekommen. Nice. Oh, wir haben hier. Wow. Perso-Ole-Flinte. Wir haben noch Perso-Ole-Air. Alter, wir haben sie denn so gut equippt. Was ist das hier? Komm, tut er nur. Okay. Können wir nicht kaum mal groß. Nicht so viel machen, ja? Das ist schade, ist schade. Aber was ist das? Uplo, ist es? Laden, Inhaber. Ich will was kaufen. Ganz normal gehe ich da mit Faust rein. Easy going. Ich möchte was kaufen. Laden. Äh, Banane, Banane. Was ist das? Übersetzer, übersetzt. Guerilla, Sprache in einem, wie andere Sprache mit einer Ausnahme. Die Sprache der Liebe. Okay. Okay. Äh, Widerstand gegen Schaden. Okay. 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 Bin mal. Naja. Wir kaufen uns mal ein paar Beine. Oh, wir können noch eine. Ich nehme das noch mit. Dankeschön. Hier ist eine Banane. Nice. Gut. Dann sind wir eigentlich so gefährlich. Das da unten mit dem Typen da ist mir zu gefährlich. Der ist echt stark. Das will ich nicht riskieren, hier dasselbe noch zu verlieren. Warum? Es hat er ein M. Oh, was ist es drüber? Hallo? So was besonderes? Mission. Was hat der denn so? Schwitze. Okay, okay. Elektropille. Lala. Zigaretten. Was können denn Zigaretten? Äh, nichts. Okay. Kann der Missionsmäßig sagen. Ach, extra optionale Mission. Gerätten Wissenschaftler von da. Belohnung. Schicken. Das sind schicken. ein Nugget, Leute. Und die brauchen wir. Und der ist wo? Warte, wo muss ich hin? Retten. Er ist irgendwo oder was? Alles klar. Der da? Das ist der, oder? Oh mein Gott. Den müssen wir retten, Leute. Okay, Leute. Den müssen wir ernsthaft retten. Das können wir schaffen, Leute. Das können wir schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen. Gut. Nice. Das müssen wir benutzen. Und wir haben ihn befreit. Levelerhöhung. Wir sind wieder voll aufgelevelt. Und jetzt können wir einfach. Warte, wo muss ich den hinbringen? Ich muss ihn zum, zum Typen bringen. Okay, wir gehen dann hier lang. Komm mit. Komm mit. Wir gehen hier lang. Da ist noch eine Kiste, die ich da hin mitnehmen. Wir können noch mal die Müheimer. Ups. Müheimer checken. Ups. Scheiße. Den Stein. Okay, Leute. Wir gehen hier einfach mal rein. Und dann hier zur Mission. E drücken. Bam. Abschließen. Nice. Haben wir die Schickness bekommen. Jetzt sind wir voll. Level 3. Und jetzt werde ich mir noch mal diese eine Kiste und dann doch noch mal unten hingehen. Lass ich mir noch nicht gönnen. Hey. Ich werde ich benutzen. Oh mein Gott. What the fuck. So. Wir haben noch 5 Schüsse. Und noch eine Spritze. Geil. Okay, Leute. Ich bin bereit für den ultimativen Turn. Da unten. Los. Oh, scheiße. Okay, okay, okay. Das schaffen wir, Leute. Wir gehen jetzt einfach rein und töten alle. Da müssen wir rein. Ja. Easy, Alter. Bam. Und wir leben. Ja. Ja, 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 ja. Hat sich gelohnt. Haben wir Essen? Nice. Und wir haben den Muffin. Ja. Wir haben alles geschafft. Oh mein Gott. So viel Level. Ein Geist. Oh, lol. Wäre ich auch freischalten? Uh, schätze ich mal. Okay. Okay, Leute. Wir haben das Level so gut wie geschafft. Wir müssen nur noch hier rauskommen. Alles ist gut. Los geht's. Oh, scheiße. Das war knapp. So, jetzt einmal hier hoch. Lauf. Harry, lauf. Dankeschön. Und wir haben's geschafft. Bam. Yes. Alles gemacht, Alter. Alles gemacht. Alles gemacht. Und wir können ein neues Merkmal. Abhänger gewinnt. Zusätzliche Gesundheit. Glitchiges Ziel. Feind. Dann fällt es schwer auf dich zu zielen. Schneller Nahkampf. Okay. Schneller Nahkampf. Auf jeden Fall. Was hatten wir davor? Ich hab's nicht gesehen. Aber wir könnten ja doch mal. Können wir nicht direkt zum... Zum... Ja, wir können doch direkt einfach mal zum... Es fallen Bomben nach oben schauen. Was? Okay, Leute. Ja, das sehen wir auf jeden Fall. Oh mein Gott. Scheiße. Wieder Pause rücken. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder von... Streets of WarQ. Ich hoffe, dass es heute auch die Spiel mal gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Diss ist raus. Ciao.